Ach, da seid ihr auch schon wieder. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Mithuber. Willkommen auf meinem Kanal in PETA, das 50er, 60er Jahre Hobbyheim Museum. Kanal 2, PETA Rockabilly 1950. Jetzt habe ich gestern viele Videos gemacht und hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Eindrücke schenken. Eindrücke schenken von dem aktuellsten Stand meines Hobbyheim Museum. Bei meinem sogenannten Rundgang, wie die Räume jetzt alle so aktuell sind. Und jetzt habt ihr ja gesehen, von der einen Trödeltour gab es den passenden gelbenen Stuhl oder gelb-schwarzen Stuhl mit Nieten. Von der anderen Trödeltour gab es ein Ersatzteil fürs Moped, eine Tischlampe, dann eine Deckenlampe, die per Post kam, das Sandmännchen, die Musiktruhe mit Fernseh und Radio, wohlbemerkt. Der Kofferplattenspieler, ein paar Dekobilder, ja. Und das eine und andere noch so an Schallplatten von Flohmärkten, ja. Ich hoffe, ich konnte euch gestern mit den Videos ein bisschen beeindrucken. Ich werde euch nachher noch ein weiteres Geburtstagsgeschenk von mir zeigen, was ich mir noch gekauft habe. Was man schon so ein bisschen gestern am Rundgang hier in mein Wohnzimmer gesehen hat. Wird aber allerdings noch ein bisschen dauern, da ich jetzt erstmal in Ruhe erstmal meinen Kaffee trinke und wach werde und, ja. Wollt ihr euch einfach mal einen schönen Sonntag wünschen. Zu Hause, bei euren Großeltern, vielleicht auf dem Flohmarkt oder dort, wo ihr euch sicher fühlt, glücklich fühlt, wo ihr Freude habt, wo ihr Spaß habt. Also, in Ruhe wach werden, Kaffee trinken, euren Sonntag genießen, sich nicht ärgern lassen und vor allen Dingen sich nicht spalten lassen und gesund bleiben. Achtet auf euch, auf andere und bleibt mir treu, ich bleibe euch treu. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.